LOCKED & LOADED! Wir sind das letzte Team bei Waro 4! Flutterfighter und ich, wir kämpfen jetzt gegen einander... Nein, wir machen eigentlich nur eins gegen eins. Aber die Waro Map ist cool. Aber irgendwie vermisse ich ja das Wasser. Das ist weg. Hier war doch überall Wasser drum rum. Wer hat Waro... Blöde Frage, wer hat Waro jetzt eigentlich gewonnen? Ich habe es nicht mehr verfolgt. Ähm... Im Zickzack? Okay. Ne. 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 Ne, blöd. Äh, ja, ne. Das ist ein 2er Team, was halt noch da war. Äh... Scheiße. Peinlich. Ähm... Also... Ne, Faison war es nicht. Ne, ne. Faison wurde... War im Finale dabei, aber wurde nur 4er oder 5er. Spark wurde 2er. Und... Ah, Vini und Basti. Ach echt? Die beiden? Ja. Cool. Hab ich nicht gedacht eigentlich. Ja, das war ja das einzige 2er Team. Ja, das heißt ja eigentlich nichts, ne? Doch. Das heißt viel. Ich mach den easy. Nein! Lass mich, lass mich! Nein! Ah, scheiße. Puh. Alter. Ah. Bitte. Alter. Komm, Kiste. Nein! Äh! Ich fände, der Freikling auch noch weg. Scheiße. Aua. Klar, war nämlich doch gerne mit. War ja klar. Nein! Und siehe, die Profi-Kämpfer hoch 10.000. Ja, auf jeden Fall. Ist der die ganze Zeit ab? Nein, das ist unfair. Nein, nein. Ja, das ist jetzt unfair, oder was? Gab's echt nicht Brenner? Nein, natürlich nicht. Nein, das war dumm. War der engel Teamhof und so. Ja, natürlich. Trotzdem war Romap, ja. Das Noob-Kid. Wo bist du jetzt gestartet schon wieder? Ich hab dich gerade eben gesehen und jetzt bist du schon wieder aus den Augen. Ja, okay. Ada! Es ist nicht gut, wenn er Ada attackt. Nee, nicht wirklich. Den muss ich gar nicht verstecken. Ach, da hinten bist du. Nee. Ich hab ein Haus. Keine Neifchen und kein Pferd. Dafür wird's auch schwer zu kriegen. Boah! Nicht schlecht, ey. Gibt's nicht. Der trifft die ganze Zeit, Alter. Nein, nicht die ganze Zeit. Regenerieren. Alter! Ja, generier du mal. Ich sammle mal deine Pfeile hier auf, ne? Schön, ja. Mach das. Alter, jetzt. Nein! Äh. Heute 1.0.1. Waro Special. Ja, Leute, wir sind am Start. Waro, was geht da ab? Da ist er wieder. Ja. Ja. Ist doch gut. Nein, auf! Danke. Dass wir auf dieser Entfernung schießen? Ah nein, ich schieße da beide Posten! Jetzt fangen wir da rein. Alah, jetzt haut er mich in die richtige Kompo rein. Wo ist denn die jetzt bitte hingef... Yo! Da unten? Nein, ich doch nicht. Ich spring voll in deinen Pfeil rein. Jetzt ist aber gut dir! Nein! Nein! Natürlich, hin ins Loch! Ja! Weißt du jetzt wie man mit Lochern umgeht? Ja, ich weiß wie man mit Lochern umgeht. Ich könnte ja noch eine Folge extra mit 2 gegen 2 machen. Ich hoffe, du hast keine Blöcke im Hintergrund. Leider nicht! Nein, nein, nein! Nein, nein! Das hab ich gerade mal! Ohohohoho! Mal schnell, du! Nein! Fuck ah! Nein! Fuck ah! Ja, das ist gut! Bei einem Turnier teilnehmen! Ja, natürlich! Ja, geht doch! Was? Die hab ich doch getroffen! Alter! Die ist grad blind! Die ist grad blind! Steh dich nicht! Ich hab getroffen! Das geht nicht gut! Nein! Die fliegt sonst wohin! Hä? Wo ist denn die hin? Was? Hä? Wo ist dein Kackstift? Ach da! Nein! Das war dumm! Ich bin neher rausgegangen! Alter! Nein, 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 nein! Hör auf! Nein! Hätte ich das gewusst! Du hättest nicht ablassen dürfen von mir! Ja! Sehr schön! Weil ich... Ich hab mich ja nicht... Du hast mich ja nicht getötet, sondern ich bin ja... Hab mich ja wegteleportiert... Mit der Enderpferde! Oh Mann! Ich bin deswegen gestorben! Und deswegen stand ich auch so dumm rum! Ich hab mich noch zweimal geschlagen! Ja, ich hab dich noch geschlagen, ja! Das ist absolut wichtig! Ich hätte trotzdem draufsteigen! Aber ich dachte halt, ich bin low! Mach mal langsam! Hallo! Hallo! Ja! Ich wollte doch sagen, das hast du locker gewonnen! Ja! Naja, so locker war es jetzt auch nicht! Naja, lockerer als... Locker! Locker! Es ist einfach scheitbar! Ist doch dumm! Nur gewartet bis du hoch genug bist. Alter nein! Nein 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 hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Nein, es steht da noch nicht hinter. Ja wenn man sieht wo die hinfliegt. Scheiße. Dem kommt Leben, das ist ein Unbeer. Pause. Haha. Pause. Sollte das mal bei den Sword Wars Games sein für eine Pause? Ja das finde ich sollte mal bei den Sword Wars Games sein für eine Pause. Natürlich. Natürlich die Lava abgesetzt. Ja auch mit dem Apfel, dem Goldapfel. Nein! Das sollte jetzt bei den Sword Wars Games nicht umliegend passieren. Auf keinen Fall. Goldapfelhauen ist jetzt nicht so, das ist die beste Waffe. Ich gehört. Die ist zwar im Kampf sehr gut, der Goldapfel, aber... Nicht zum Klagen. Du hast doch gesagt, der ist für ein Kampf. Ja, Entschuldigung. Das habe ich ein bisschen falsch ausgeschickt. Ich bin der Beste im PvP. Wie keiner vor mir war. Aua. Ey. Ah, das ist... Brenne immer noch, genau. Ich habe doch Ender-Pferde aktiviert. Ja, hattest du. Du bist doch da hingeflogen. Ja, ich bin der Beste. Ja! Gibt mir das zu PvP. Nein! Ah nein, der hat mich einfach einfach getroffen. Ah! Easy! Ich wollte mich halt einmal ganz nah da oben bauen. Ah, jetzt trifft er mich zum Größer. Okay, versuchen wir es einfach mal so. Nein, das war nichts. War aber irgendwie klar. Ja. Nein! Nein! Mann! Nein! Mann! Jetzt nicht! Ich bin gerade voll verwirrt. Ich bin gerade voll verwirrt. Wir sind so blöd. Ich bin gerade voll verwirrt. Ich bin gerade voll verwirrt. Ich weiß echt nicht wie viele Herzen. Alter! Ich bin gerade voll verwirrt. 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 Ich bin gerade voll verwirrt.